Herzlich Willkommen an den Freunden zu einem neuen Video auf meinem Kanal heute zu den WeekendDK Highlights Freunde wenn es euch natürlich gefällt sie sehr gerne darum hoch geben wenn ihr neu hier seid auch gerne ein Abo da lassen dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß okay sagt man Torwart ist scheiße aber der Rest ist gut was wer war da dran Abwehrspieler oder Torwart der liegt minimal mit der Fußspitze wäre 1-0 gewesen schade Sommer ist krass oder was als ob Sommer den hält das ist ein Ronaldo ja egal wir sind gut drin wir sind gut drin gut Druck wie der Sommer komm 99 Euro und ah jetzt habe ich alles gesehen wieder nicht drin wieder nicht drin wir haben sogar die besseren Chancen gehabt so gesehen sein scheiß Jan Sommer schießt aufs Tor oder schießt glanzklar aufs Tor EA denkt sich den muss man vorbeischieben auch wieder nicht ungefährlich dass die entsprechende zu sancten auf um zu Neuer Eckball-Taktik-Gegner Renn, Ronaldo Renn, Bruder Zieh, zieh Golasso, Golasso Golasso, Gegner Geh nach Hause, geh nach Hause, Junge Mit deinem Zeitspiel, geh nach Hause Nein Warum zieht der den raus, der Vollidiot Ja, freu dich, Junge, du dreckiger Zeitspieler Das ist eine Freude Aus der Entfernung, ey, wollt ihr mich verarschen? Also jetzt mal ernsthaft Ja, 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 ja Alter, was, ein behindertes Spiel Der schreibt eh Aber muss man auch erstmal besiegen, ne Hält der fest, Neymar, willst du mich verarschen, du Ronaldo Ronaldo, ja, Mann Haben zwei Niederlagen Zwei Mal gegen die Niederlage verloren, Digga Gegner waren machbar Die haben ihre Dinge halt gemacht Die waren halt auch effektiv Das muss man halt sagen Ich hab die Dinger nicht gemacht Dadurch verloren Ja, das ist ein Widerling Luck, luck, egal Ich nehm's mit Gegen so einen guten Gegner Wichtig Nein, Ronaldo, Bruder Let's go Sehr dumm, sehr dumm Aber eigentlich war auch die Zeit schon um Aber das war wieder sehr dumm Ja Ja, EA, genau Es ist lächerlich, ich schwöre, es ist so lächerlich, Junge Es ist so Was Cristiano Ronaldo, Junge Ja, Mann, Junge Und ich Werner mit nem Kopfballtäusch Zieh, Simon Zieh Zieh Ja, Star Trainer Der Star Trainer Der Star Trainer Wieder alles richtig gemacht Ja, 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 Eden So ein gutes Spiel Gegen so ein Opfer ins Elfmeterschießen Okay Okay Das war's für heute. Das ist eine Verarschung, das Spiel. Das ist eine Verarschung, das Spiel ist eine Verarschung, das Spiel ist eine Verarschung. Das ist eine Verarschung, das Spiel ist eine Verarschung, das Spiel ist eine Verarschung. Das ist eine Verarschung, das Spiel ist eine Verarschung, das Spiel ist eine Verarschung. Das ist eine Verarschung, das Spiel ist eine Verarschung, das Spiel ist eine Verarschung. Das Spiel ist eine Verarschung, das Spiel ist eine Verarschung. Ja, okay, aber Rest vom Team geht eigentlich. Uff, Neuer. Nice, Neuer. Nein, Neuer, Junge. Ja, Koschelli ist ein Foto. Yes, Junge. Ja, ja. Feier die Party, Hazard, Junge. Tausendmal besser wie Pelé. Und kostet ein Drittel. Ronaldo, Game Over, Gegner. Game Over. Tschüss, Gegner. Leicht widerlich, aber geht. Nein. Naja, zum Glück war das James und Netnamer. Scheiße. Plank. Oh mein Gott. Also das war Plank. Dicker. Ach du Scheiße. Er soll auch am Ball kleben bleiben. Guck mal. Und das war's. Sowas lächerliches geht rein. Ja. Komm, das war's. Hätte man gewinnen können, aber dafür hätte Plank den reinmachen müssen. Chancen waren ausgeglichen. Der muss rein. Aus fünf Meter. Bessere Chance kannst du nicht haben. Bessere Chance kannst du wirklich nicht haben aus fünf Meter. Verlierst du so dumme Spiele gegen den einen im Elfmeter schießen, dann sowas. Ist okay. Muss drin sein. Mit den Werten reicht das. Mit den Werten muss der drin sein. Das ist noch online. Schau dir das einfach nochmal an. Wie die Bälle von mir immer verspringen, Digga. Kann mich nicht freuen, weil es mir nichts bringt. Der ist gut. Der hat halt defensiv überall 10 bis 15 besser wie Mondi. Wie gesagt, ist es okay, dass wir das Spiel jetzt gewinnen, aber ich kann mich nicht drüber freuen, leider. Erste zwei Niederlagen sehr, sehr unnötig. Der letzte Gegner nicht so schlecht, Digga. Deswegen vier Niederlagen. Trotzdem gute WL gespielt. Kriegt trotzdem selber wie ein Gold, äh, Gold, wie ein Elite-3-Spieler, Digga. Ja, Freunde, wie ihr gesehen habt, hat es leider am Ende nicht für Elite-1 gereicht. Wir werden natürlich weiter Gas geben, dass es reicht. Sehr, sehr unglücklich. Letzter Gegner war halt sehr, sehr gut. Die anderen drei hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Muss man leider ehrlich sein, Freunde. Gegen drei sehr, sehr Vollbobs verloren, leider. Aber kann man nichts machen, Freunde. Wir werden natürlich weiter Gas geben. Ich hoffe, es hat euch mit dem Video gefallen. Wenn ja, gebt sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao. Bis die Tage mal eben, Freunde.